Kurt Beck, er ist jetzt schon ein paar Mal angesprochen worden. Wir freuen uns ganz besonders, dass er heute hier ist, sich dieser Diskussion stellt. Wenn ich Sie als erstes frage, erstmal herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Herr Beck. Wir haben ja jetzt gehört, welchen Hut hat man da auf? Welchen Hut hat Kurt Beck auf, wenn er da in Mainz durch das Gelände geht? Jetzt sagen Sie uns natürlich nur die Allgemeinheit oder nein, das geht ja nicht. Nein, ich glaube niemand ist schizophren und insoweit ist man natürlich in der Funktion, der man ist. Und natürlich vergisst ein Ministerpräsident, wenn er im Verwaltungsrat des ZDF ist, nicht, dass er Ministerpräsident ist. Und es ist ja auch kein Zufall, dass im Staatsvertrag des ZDF steht, dass der Ministerpräsident oder der Vertreter, die Vertreterin des Landes Rheinland-Pfalz gesetzt ist, also jemand aus diesem Land im Verwaltungsrat auch drin sein muss. Das heißt, es ist auch legitim, einige der Standortinteressen einzubringen. Umgekehrt braucht das Haus gelegentlich auch diese Unterstützung, weil wenn es um Erweiterungen, Geländefragen und so weiter geht, Erschließungsfragen, ist das ja nicht ohne Bedeutung. Auf der anderen Seite Standortinteressen kann man noch verstehen, wo sind dann die politischen Interessen, wo dominieren die? Ich meine, da liest man dann gelegentlich in den Biografien ausgeschiedener Intendanten so wunderbare Dinge, die es natürlich gibt. Ja, natürlich gibt es die, ich habe das ja auch in Karlsruhe gesagt, denn das, was da vorgetragen worden ist über diese wunderbare Harmonie, das ist richtig, wahrscheinlich für 90 Prozent der Entscheidungen. Aber es ist eben nicht mehr richtig, wenn es darum geht, harte, streitige Entscheidungen zu treffen in Personen und auch durchaus indirekt programmbezogen. Ich habe es so formuliert, es ist ab und zu die Neigung da, das Pferd, ZDF in diesem Fall, mal richtig durchzuparieren, um zu zeigen, dass man es kann, wenn man es will. Und das hat seine Auswirkungen und das geht mir zu weit und das ist die Grundlage dafür, dass diese Klage in Karlsruhe eingereicht worden ist. Jetzt haben wir gerade schon gehört, es hat ja Versuche gegeben, das politisch zu regeln, jetzt ist es politisch nicht hingekommen, jetzt entscheidet das Gericht. Ist der zweitbeste Weg, da sind wir uns einig? Absolut, der zweitbeste Weg, das glaube ich war auch die Aufgabe der Politik. Nachdem eben die Dinge sich an einem Beispiel so zugespitzt haben, dass man nicht einfach zum Alltag übergehen konnte, ist der Versuch unternommen worden, den Staatsvertrag gründlich zu reformieren, die Mehrheitsverhältnisse umzukehren, sodass ein Intendant für seine Vorschläge in wichtigen Fragen eben nicht um eine Dreifünftelmehrheit buhlen muss, sondern man umgekehrt eine Dreifünftelmehrheit zusammenbringen muss, wenn man diesem Vorschlag nicht folgen will. Ich glaube, das wäre durchaus ein großer Schritt gewesen. Die berühmten Erdgruppen sollten anders berufen werden, direkt berufen werden von den Gruppierungen und es ging darum, die Zahl der Politik unmittelbaren Vertreterinnen und Vertreter deutlich zu reduzieren. Ich glaube, dann wären wir ein großes Stück weitergekommen. Das war erreicht übrigens dann nach dem Eklat mit Roland Koch, das habe ich mit ihm vereinbart und ihm ist dann die Mehrheit der unionsgeführten Länder nicht gefolgt und dann gab es eben keine Mehrheit für einen neuen Staatsvertrag, denn das müssen wir jetzt wieder. Wie immer Karlsruhe spricht, werden die Länder wieder einen Staatsvertrag draus machen müssen, diesem Spruch folgen. Also es landet wieder dort, wo es auch hingehört. Ich hätte mir gewünscht, dass wir es aus eigener Kraft hinkriegen. Ich erinnere mich und ich komme ja aus einem Bundesland, wo das schon mal versucht worden ist, mit dem Namen Wolfgang Clement und ZDF ist ja schon mal eine ganz bemerkenswerte Operation verbunden gewesen. Er ist ja rausgegangen, hat jemand anders reingeschickt und der hat dann nachher gesagt, ja ist lustig, die anderen treffen sich immer vorher und ich sitze hier und warte. Warum ist das eigentlich so sang- und klanglos gescheitert damals? Das war ja ein erster Versuch. Es ging ja um Herrn Grimm, den früheren Verfassungsrichter und natürlich, er hat sich entschieden, nicht in den Freundeskreis, Anführungsschlusszeichen, zu kommen, dem ich da auch vorstehe. Aber ich habe alles getan, was ich als Vorsitzender des Gremiums konnte, um ihn so gut wie möglich zu informieren, auch über Gespräche, die im Vorfeld geführt werden. Und es ist doch klar, dass der Verwaltungsratsvorsitzende mit dem Intendanten vorher Gespräche führt. Erstens müssen wir die Tagesordnung abstimmen. Zweitens muss man eben auch darauf achten, dass man als Gremium nicht die Linien aus dem Kopf verliert. Sie können jedes Gremium tot machen, indem sie unendlich viele Informationen geben, die unendlich schwierig zuzuordnen sind. Und deshalb, gerade dort, wo es um wirtschaftliche Fragen und Personalfragen geht, jetzt gar nicht um die Spitzenpersonalfragen, sondern jetzt wieder Reduzierung von Personal, um mit den Kosten zurechtzukommen, muss man die Linien verfolgen können. Und über solche Fragen, was setzen wir auf die Tagesordnung, wie wird vorbereitet, muss natürlich geredet werden. Und ich könnte auf die Freundeskreise verzichten, muss ich sagen. Aber es ist mir auf der anderen Seite, sage ich Ihnen auch offen, lieber, wenn man weiß, dass sich da ein paar Leute treffen, als wenn es so getan wird. Als hätte man überhaupt nichts miteinander zu tun. Alles wäre neutral. Und jeder weiß, dass sich solche Vorabsprachen bei wichtigen Fragen dann abspielen, dann irgendwo im versteckten Kämmerlein. Davon halte ich gar nichts. Und der zweite Punkt, ich bin sehr dafür, ich sage es ja, die staatlichen Vertreter und die unmittelbaren politischen Vertreter deutlich zu reduzieren. Aber Strohleute dorthin zu schicken, das ist das Schlechteste, was herauskommen kann. Ich habe das beim ZDF erlebt, als es darum, vor der ersten Wahl von Herrn Schächter zum Intendanten, als es darum ging, überhaupt eine Lösung zu finden, die drei Fünftelmehrheit fähig war. Wir haben dort mit Leuten geredet, die keine Kompetenz hatten. Am Ende hat man Bernhard Vogel und mich gebeten, so eine Art, wir waren ja die nicht direkt gefragt, als Verwaltungsräte, aber so eine Art Vermittlerrolle zu schließen, weil man überhaupt nicht mehr zueinander gekommen ist in der Diskussion. Und da Leute, wie sich dann später herausgestellt hat, mitgemacht haben, die standen schon auf der Payroll eines Medienunternehmens aus München zu dieser Zeit. Wieder die Regeln, aber es war, hat sich später herausgestellt so. Und solche Scheinneutralitäten, die hasse ich wie die Pest, sage ich in aller Objektivität. Lieber mit jemandem auseinandersetzen, der sich bekennt, wo er hingehört. Und dann kann man gucken, macht das ordentlich oder sie ordentlich oder nicht. Aber so zu tun, als wäre man neutral. Naja. Kommen wir mal zu dem Punkt, den wir gerade angesprochen haben mit Frau Rüßner, dass möglicherweise die gesellschaftlichen Gruppen nicht so abgebildet sind, wie das der Realität entspricht. Die spannende Frage, haben wir gerade schon gewogen, ja, wer entscheidet das dann? Wer außer irgendwelche Parlamente die Politik am Ende oder haben Sie andere Ideen? Gut, entscheiden muss es wohl nach unserer Verfassungslage der Staatsvertragsgesetzgeber, also 16 Länderparlamente, aber es setzt eben Kompromissfähigkeit voraus. Und das ist einer der Punkte, den ich ganz offen auch mehrfach kritisiert habe. Ich will es gerne wiederholen. Natürlich wird dort geguckt, wen schicken die denn? Und wie ist es denn dann mit möglicher Mehrheit? Ich rede jetzt nicht um Verwaltungsrat, sondern da geht es um den Fernsehrat, da geht es um programmliche Fragen. Wie ist denn zu erwarten, wird denn die Entsendung jener oder dieser Gruppe sein und wenn Sie dann abwägen, ob Migrantengruppen ein Entsenderecht, ein Vorschlagsrecht haben oder ob es eben, ich sage mal, der Bund der Vertriebenen ist, dann können Sie dreimal raten, wie es dann ist, nämlich so, wie es immer war. Weil man weiß, wer von dort kommt und wer wo zuzurechnen ist. Und das geht mir auf die Hutschuhe und ich hoffe, das können wir ändern. Politiker, aktive Politiker ganz raus, geht Ihnen zu weit oder sagen Sie reduzieren? Wo ordnen Sie sich ein? Also ich glaube nicht, dass die Gewählten in den Parlamenten oder dass die Parteien jetzt per se nicht auch wichtige Aufgaben in der Gesellschaft vertreten. Das ist eine Frage der Quantitäten. Und es ist eine Frage eben auch, dass diejenigen, die staatsunmittelbar da drin sitzen, dass die eben nicht in der großen Zahl da sind und dass die Vertreter von der Politik unmittelbar reduziert werden und dann diese R-Gruppen etc. wirklich, naja, zumindest ferner von der politischen Entsendung sind. Damit, glaube ich, könnte man leben. Ich muss ehrlich sagen, ich kann mir schwer vorstellen, dass, nehmen Sie die ARD, aber auch das ZDF, dass die Länder die materielle Verantwortung tragen, aber sie mit dem, Anführungsschlusszeichen, Aufsichtsrat, Stichwort Verwaltungsrat, überhaupt nichts zu tun haben dürfen. Ein bisschen problematisch, wie ich finde. Es ist nur dort auch, wie gesagt, die Frage der Zahl. Herr Beck, herzlichen Dank, Sie nehmen Platz hier in unserer Runde. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.